Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Until Dawn. Neben mir sitzt der Leo alias Len16. Und neben mir der Lucas alias Eoloth Entertainment. Und ich sage, wir springen doch direkt wieder in die Minen. Ja. Jessica! Großer Gott, was ist da? Oh Gott, oh Gott. Ich hole mir den Schlüssel. Direkt aus der Höhle dieser Bestie. Und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Oh no, so los. Komm schon. Komm schon los jetzt. Lauf! Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Da sind wir wieder. Da haben wir aufgehört. Und, äh, wow, wir sehen viel. Was? Wir sehen viel. Hammer. Ja! Okay. Rein allein da unten. Nein, 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 nicht noch mal. What? Wo ist sie jetzt? In seiner Fantasie natürlich. Schwesterchen, ich will dich umarmen. Wo muss ich hin? Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass wir sterben. Ich will. Ich hab eigentlich gewusst, dass es passiert ist. Ich hab mich trotzdem erschrocken. Ja, ich auch. Ich glaub, nach rechts dürfen wir nicht mehr gehen. Äh! Was ist das? Oh mein, süß. Ein Schweinchen. Ich lehme keine Befehle mehr an. Nein! Ist das, was du willst? Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Lass uns nicht nehmen! Du bist tot! Du bist tot! Holy shit! Eklisch! Huhu! Ding war mal ein Mensch. Ja? Vielleicht ein Bergmann. Oder ein Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Da oben ist so viel Scheiße abgelaufen, das wäre echt keine Überraschung. Was denn für Scheiße? Jemand hat die Wendigos eingefangen. Hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt. Habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sammer gemacht. Hm. Ach so, ja, dann brauchen wir uns ja jetzt keine Sorgen mehr zu machen, weil ähm... Ja, weil das unser Schicksal ja mehr oder minder eigentlich schon besiegelt. Ach. Oh, Totem. Nein. Das springt mal runter. Da vorne ist ein Totem wahrscheinlich. Oh, da ist... Das Wasserrad. Die große Jacke. Was? Ja. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh Mann. Ist das das, was ich denke? Schade. Sieht aus wie ein Grab. Wen spielst du eigentlich? Ich spiel Sam. Ah, okay. Och ne. Was? Was denn? Das... Oh Mann. Wir wissen doch schon lange, dass sie tot ist. Ja, aber... Warum ist das Grab jetzt wieder... Obwohl, da ist ja eh das Skelett schon drin. Eben. Oh Gott. Mike. Das ist es. Das ist ihre Uhr. Was? Zeig mal. Da... Da... Da ist statt ein Kreuz hier. Also wurde sie hier beerdigt. Und... Und... Dann ausgegraben. Nehmen wir weiter. Hanna hat ihre Schwester begraben. Vermutlich. Und dann hat der Geist des Wendigos sie dazu gebracht, beziehungsweise auch der Hunger, sie dazu gebracht wieder auszugraben und zu kannibalisieren. Zu kannibalisieren. Du meinst ihr Gesicht neu zu arrangieren? Ne, das Gesicht von Beth war ja in Ordnung. Haben wir ja gefunden gehabt den Kopf. Stimmt ja. Warum war dann der Kopf ab? Hä? Warum war dann der Kopf ab? Ja. Damit man ans gute Muskelfleisch von der Brust kommt. Da kommst du am besten von außen ran. Keine Ahnung. Pff. Das ist ein Wendig. Ach, da ist ein Totem. Aha. Das heißt es gedauert bis wir es gefunden haben. Obwohl liegt es direkt vor unserer Nahe. Weiß Glück. Weiß Glück. Oh, was müssen wir machen? Das Viech grinst uns sogar an. Mein, wie lieb. Das ist ein... Viehfraß. Nein. Was dann? Das sieht aus wie ein Schlaf... Schlaf... Äh, Faultier. Genau. Wir müssen das Haus abbrennen. Ja. Hahaha. Okay. Was müssen wir da machen? Äh, ja... Wir müssen wieder reingehen? Äh... Ah, ne. Das Haus brennt. Wir müssen das Haus abbrennen. Das ist eine Videosequenz. Okay. Das Haus brennt. Ja, 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 ja. Alles brennt. Mwahahahahahahahaha. Vorher Teufel, hm? Gut. Na toll. Mein normaler Mensch könnte ja auch nicht irgendwie außen lang klettern oder so. Komm rein. Ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Rühmte letzte Worte. Scheiße. Du bist gar nicht mit den Fingern drinnen. Rühmte letzte Worte. Ah, ja, hm. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich auch. Ob das so eine gute Idee ist? Wir können ja nachschauen. Yeah. Das ist wie so yeah. Äh, wo war es? Das war irgendein Glückstotem, ne? Ich glaube. Oder Wegweiser. Das war Gefahr. Das ist auch nicht. Äh. Gelb. Führung. Hier. Ja. Soll mal hoch. Ach nee, das ist nichts zum drüber klettern. Genau, das ist genau das. Da muss man hoch. Ja. Okay. Aber das ist ja irgendwie banal. Und überflüssig. Wenn das nur zeigen soll, wo es lang geht. Ja, wenn man vielleicht dann woanders hingeht, ist man früher tot. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir jetzt tatsächlich auf der falschen Seite raus? Hm. Ich glaube nicht. Die Perspektive hat gestimmt. Aber dann müssten wir doch jetzt da hoch klettern. Was für Musik? Sieht wie Hennas Schrift aus. Tag 1. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Na toll. Oh, toll. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich. Auf. Ah. Mhm. Tag 30. Es tut mir leid, Beth. Psst. Oh. Ich habe keine Wahl. Nur so kann ich noch überlegen hier unten. Wenn das jemand findet, es tut mir leid. Ich wusste, es ging nichts anderes. Was heißt das? Scheiße. Ja. Das, was ich schon lange geahnt habe. Ja. Dido. Meine Hände fühlen sich schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen. Herausgedrückt. Ich habe Schmerzen. Aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz. Ich werde stärker. Äh. Okay. Okay. Well. Hungry. Oh Gott, das ergibt Sinn. Ich glaube, Hannah ruht Beth aus. Das war Hannah. Nein. Wirklich. Michael. Das kann nicht sein. Michael, es muss so sein. Nur so ergibt alles einen Sinn. Beth starb durch den Sturz. Na und? Was heißt das? Na, Hannah muss sie beerdigt haben. Verdammt. Gott, verdammt. Hannah war hier unten. Hör auf damit. Ich muss fast verhungert sein. Sie war so verzweifelt. Fuck. Wir müssen zu Josh. Sofort. Oh oh. Ich bin da hoch. Da müssen wir noch lang. Warte, versuch's mal links. Wir hatten einen Schmetterlingseffekt. Die 20ige Entscheidung. Ach du Schande. Entdeckung. Sam fand Hannahs Aufzeichnungen über ihre Notlage. Hm. Was das für Auswirkungen haben wird. Ich fürchte. Tödliche. Haha. Je nachdem wie wir uns erscheinen. Ach wir können wieder raus aus dem Wasser. Was? Wir können wieder raus aus dem, äh rein ins Wasser. Ja anscheinend. Das war das einzige was wir hier finden konnte. Okay. Wie sie schon da sitzt. Haha. Haha. Kein Bock mehr. Pester Move. So. Ich glaub aber immer noch nicht dass es das war. Ich glaub schon dass es das war. Ah das ist von der anderen. Ne ne das wars schon. Führung. Es hat uns was gezeigt was wir sonst nicht gefunden hätten. Wenn wir nicht dran gegangen wären. Es war aber nicht diese Animation. Es war aber nicht diese Animation. Es war aber nicht diese Animation. Lukas es war nicht. Doch. Okay ja doch. Aber aus einem komplett anderen Blickwinkel. Das hat mich halt total überrascht. Ich dachte zum Beispiel als wir das das erste mal gesehen haben. Dass es irgendwo im Wald ist. Echt? Obwohl es dafür keine Anhaltspunkte gibt. Wir haben doch schon bei Dingen gesehen dass da das Wasserrad ist. Ja das war irgendwie. Es war ja auch eben eins. Glaub ich irgendwo. Ne. Schmarrn. Das ist das einzige. Wir haben bei ähm. Emily. Genau. Bei M haben wir ja dann schon gesehen dass es hier ist. Ja genau das ist genau die Animation. Oh. Da steht Gefahr drauf. Gehen wir da rein. Gehen wir da rein. Komm hopp. Los. Gefahr. Yay. Ich schau erstmal. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Dein zweiter Name. Vorname musst du nicht sagen. Ich bin halt korrekt. Mein Mittelname. Mein dritter Mittelname ist Gefahr. Meine anderen zwei Vornamen sind Franz und Josef. Was? Was ist das? Stress. Ja. Stimmt. Hii. Na... Toll. Schlecht. Wir haben es gesehen. Puh. Josh. Hey Josh. Josh. Komm her. Okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ähm. Du hast Hii oder so. Josh. Mike? Josh. Hey man. Nicht. Schlag mich nicht. Bitte. Du warst total weg man. Völlig weggetreten. Wir dachten du bleibst auf dem Trip. Josh. Hannah war hier unten. Wochen. Einen Monat. Sam. Mike. Los verschwinden wir jetzt von hier. Josh. Hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ähm. Ja. Gut. Seht ihr das da vorn? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay. Hilfst du mir rauf? Dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja. Ja. Gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja du auch. Okay jetzt kommt... Ach Josh wie meins. Gehen wir durch geknallter Mistkerl. Ah Controller vibriert. Okay. Jetzt nicht mehr. Oh. Oh. So fest. Hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Äh. Ja. Sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Hä. Was ist da? Irgendwas wird das sein. Schon wieder? Oh. Oh. Das ist das letzte. Das ist dein Kopfstück. Äh. 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 Was soll uns da? Was? Toll. Das sagt uns nicht was wir tun sollen. Nein. Wahrscheinlich nicht wegrennen. Ja logisch. Wegrennen. Okay. Merke in nächster Zeit den Controller besonders ruhig halten. Das ist in der Lodge. Wenn in der Lodge der Vendigo auf Sam zukommt nicht wegrennen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Äh. So ähnlich. Vermutlich. Aha. Ja. Okay. Dinger muss man schon suchen. Die findet man nicht von allein. Ach. Und so wäre das Spiel ja wahrscheinlich zu einfach. Vermutlich, ja. Der Josh, der Talk hat schon ganz schön durch. Ja. Ein bisschen. Er ist ziemlich unsicher im Gang. Das stimmt schon. Aha. Ach nö. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Die Sounds passen irgendwie nicht zu dem, was man sieht. Aber File ist schlecht, okay. Ich wollte nicht, dass Sie sterben. ok okay wir gehen durchs Wasser natürlich oh nein was denn sonst hinab mal scheiß kalt sein oh man hier irgendwo ist ein Wendigo 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 hier irgendwo ist ein Wendigo 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 Hannah Montana Och Nein du bist nicht real bist du nicht Hannah Ok Nein Schmetterlings-Effekt-Aktualisierung Boah scheiße zittert da Hu 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 Ich glaube da kannst du gar nicht mehr ruhig bleiben Geht einfach nicht Eier Dem Hier He Es ist halt alles rutschig. Schnee und so. Klar ist es, alles rutschig. Aber ich hab's geschafft! Juhu! Yay! So, lechst oder ings? Lechst oder ings? Keine Ahnung. Ich gehe da ran. Rings. Ich gehe rings um. Ist da hinten irgendwas? Ja, ein feiner Baumstamm. Hast du vor, den... Ja. Was auch gehört, ha? Was? Das Geräusch. Ja. Ich hab Geräusche gehört. Das ist ein Wald, Lukas. Alter, was? Wie im Wald gibt's Geräusche? Ja, muss ich leider sagen. Wie kreischt du denn da so? Schon wieder Wasser. Na toll. Nicht gefrorenes Wasser. Komisch. Ja. Guten Tag, Blasenentzündung. Ja. Das Wasser ist so kalt. Okay, wo sind die Dinosaurier jetzt auf einmal her? Oh nein, ein T-Rex! Rausklettern! Und wenn du da noch klettern kannst, bist echt fit. Boah, schon der Arsch eingefroren. Sieht jedenfalls so aus. Ich mag die Musik nicht. Sie ist verdachtserregend. Ja. Obwohl es mir weniger um die Musik geht und mehr um... Da ist ein Rabe. Alles andere. Oh, um Gottes, Van. Oh, um Gottes, Van. Kontrolle ruhig halten. Ach. Aber ich bin noch nicht in der Lodge. Das macht nichts. Oh, ich bin fast in der Lodge. Ja. Da sind wir schon. Ja, sie ist schon. Die Tür ist schon wieder offen. Ja, weg doch. Weglaufreflex. Das ist das Natürlichste, was der Mensch zu bieten hat. Oh, das ist das Weglaufbedürfnis. Oh, come on. Weg da! Lass mich rein! Man. Shit. Mike! Oh, Gott. Du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hierbleiben. Komm schon. He he he. Oh, come on. Oh, come on. Hey, hey, hey. Hm. Vielleicht ist da noch jemand. Ich will aber erst mal den Schmetterlingseffekt anschauen. Yeah. Die wir uns geholt haben. Die wichtige Entdeckung. Josh erfuhr die Wahrheit über das Monster. Okay. Josh erkannte Hannah und Hannah erkannte Josh. Okay. Aber ich kann nicht weiter blittern. Oh, Frechheit. Hannah erkannte Josh. Das könnte interessant werden. Diesen haben wir nicht bekommen. Frechheit. Hm. So, und jetzt hat's... Ab in den Keller. Ab in den Keller. Hier kannst du einfach den Staub sehen, der in der Luft liegt. Nein, das ist kein Schnee. Wirklich nicht. He he he. Boah, die müssen ja frieren wie blöd. Also wenn das keine Mega-Erkältung gibt, dann weiß ich auch nicht. Lieber Mega-Erkältung als Mega-Tod. Ja, das stimmt auch wieder. Okay.